Das Smartphone. 95 Prozent der 12- bis 19-Jährigen haben eins. Aufwachen, Nachrichten checken, das Schokobrötchen snapchatten und ab in die Schule. Einige sprechen da schon von der Heads-Down-Generation. Technisch haben sie es drauf. Meist sogar besser als ihre Lehrer. Die können ja häufig nicht mal die Klingeltöne und Unterstützung ändern. Handhabung also eine glatte Eins. Die Risiken werden jedoch meist ignoriert und medienpädagogisch verschlafen. Wer die Begriffe Datensicherheit, Datenschutz und die Änderung des Kommunikationsverhaltens anspricht, der geht heute schon als Digital-Ötzi. Schließen Sie alle Fenster, um fortzufahren. Jugendliche vergleichen sich plötzlich nicht mehr vorrangig mit ihrem Freundeskreis, sondern mit der ganzen Welt. Und die zeigt ihnen täglich, wie großartig alles ist. Wer postet schon, dass er gerade eine Mathearbeit vergeigt hat. Dazu kommt eine Community, die bereits nervös wird, wenn auf WhatsApp nach drei Minuten noch keine Antwort da ist. Dieser Stress kann natürlich Folgen haben. Es gibt Studien, die einen Zusammenhang zwischen der intensiven Nutzung von Smartphones und Depressionen bei Jugendlichen aufzeigen. Eine US- Jugendpsychologin hat Langzeitdaten zum Verhalten Jugendlicher ausgewertet und kam dabei zu dem Ergebnis, dass die Generation weniger unternimmt, später ihre erste Beziehungen eingeht und seltener Sex hat. Die Jugendlichen würden sich mehr und mehr allein gelassen fühlen. Aber auch andere Szenarien sind denkbar. Beispielsweise könnten die gestiegenen Raten darauf zurückzuführen sein, dass junge Menschen einfach eher bereit sind, über ihre Gefühle und Sorgen zu reden. Wie auch immer, Eltern und Lehrer müssen sich jedenfalls intensiver mit der Thematik und auch den Risiken auseinandersetzen. Das finden übrigens auch einige Mitentwickler der sozialen Netze. In den USA haben sich ehemalige Mitarbeiter von Google und Facebook zusammengetan, um vor den Gefahren einer ungebremsten Handynutzung durch junge Menschen zu warnen. Erste Ansätze, einen Gang runterzuschalten, die gibt es bereits. Zum Beispiel in Norwegen. Früher gab es Kohle für gute Zensuren, heute ist es eine Prämie für Smartphone- Abstinenz. So zumindest der Ansatz bei der App Hold. Diese beginnt die Sekunden zu zählen, sobald der Bildschirm gesperrt ist. Wer 20 Minuten durchhält, bekommt einen Belohnungspunkt gutgeschrieben. Das Guthaben wiederum kann dann später beim Online-Shopping bei beteiligten Händlern verbraten werden. Bestenfalls können Schüler und Studenten dabei sogar ein Stipendium gewinnen. Über 120.000 jugendliche Smartphone-Nutzer machen schon bei Hold mit. Ob so ein Anreizsystem auch hierzulande Einzug halten wird? Wer weiß. Eines ist dabei aber sicher, die weitere Digitalisierung, die wird kommen. So oder so. Politiker und Pädagogen sollten einen wachen Blick auf beides werfen. Auf Chancen und Risiken.